Spark hat's ja auch gemeint, und ich denke, da weiß jeder Zuschauer Bescheid. Wir haben neun! Wir haben neun Iron Ingots! Ja! Ey, Leute, wie viele Zombies haben wir gekillt dafür? 1055 Zombies haben wir für einen Eisenblock gekillt. Ich sag ohne Witz, das ist insane befriedigend gerade. Erschalt, Moment, okay. Holy! What do? Chat, ich versteh's nicht. Wieso? Wie kommt die mich jetzt hinten? Man, Bro ist Chat, ist es mir egal. Hauptsache, ich bin Level 100 bei der nächsten Quest. Aber das ist doch lächerlich gerade. So geil. So geil, Leute. Wait. Oh nein. Hallo? Wie geht's? What the fuck? Was denn? Hast du einen Stimmverzerrer? Ja. Hä? Nein, was meinst du? Hä? Was denn? Was? Netter Versuch, Fabo. Nicer Voice Changer. Gott, bist du dumm? Bist du dumm? I'm sorry, Tom. Ist das krass. Aber er weiß halt nicht. Habt ihr gerade gleichzeitig geredet oder war das jetzt eine Person? Er weiß halt nicht, also wie ich mich anhöre. Nee, also, Can. Moin. Ich hätte so tun müssen, als wäre alles normal. Du trollst. Du, du wirst gerade getrollt. Das war ein Troll. Hier sind zwei Leute. Hier sneakt einer unter mir. Hier sneakt irgendeine weibliche Dings unter mir. Ja, bist du dumm? Bist du wenig? Nein. Can, du denkst echt? What the fuck? Ja, Fabo, was ist denn? Jetzt geht's los. Spaß! Du willst wirklich? Oh, 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 oh. Ober! Du Barsch! Wo ist er? Ich hol ihn mir. Hallo, hör auf! Ich hol dich ein, dass du Muggel bist. Hör auf! Jan, Gamescom, wir boxen dich, zu zweit. Bro, er fällt auf den ältesten Trick rein. Oh, oh. Nee, 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 nee. Obacht. Obacht! Fabo, trau dich! Oder sollte ich lieber sagen, Fabine! Was macht der denn? Wie hast du mich gerade genannt? Okay, actually. Wie hast du mich gerade genannt? Fabine? Hals. Du muggiger Muggelhaus. Was soll das? Ja! Nein! Warum habe ich 95% meiner Level verloren? Kann man den Loser mal endlich Ruhe ruhig stellen? Nein, nein. Was soll denn das jetzt? Sparck fliegt! Oh, du darfst! Oh, du musst auch mal fehlen. Oh, du musst auch mal fehlen. Ja, du musst auch mal fehlen. Ja, man regnen. Oh, mein Gott. Was passiert? Oh, was? Oh, was ist das? ÄHRT! Ja! Holz gefahren! Kurz Screenshot machen! Sorry, ich bin raus! Ja, ey! Wir müssen Holz fahren. Der Server sagt was, der Server! Ja! Ich hab's gecallt! Leute, ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt! Ja! Papa hat die gleichen Worte gesagt! Ich werde mich opfern! Wenn ich sterbe, dann für das Team! Klasse! Die Flamme ist größer! Oh, wir müssen dich rein! Nein, nein, Holz rein, Holz rein! Füttern, oder? Holz! Ist größer geworden! Mehr! Oh mein Gott! Was? Für mich! Du nimmst die jetzt, ich hab jetzt keine mehr, deswegen meine Bitte an dich wäre, dass du mir aufrein musst. Ähm, okay! Ja, kann ich machen! Dankeschön! Komm her, komm her, komm her! Oh, das war geil! Okay, ich steh dir, ich steh ihnen stets zu diensten, Blizzard! Leute, Klim hat 1000 XP und holt sich jetzt eine Lütbox! Lütbox, ja! Lütbox, 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 Lütbox! Aua! Wie geil war das denn? Und jetzt? Du musst schon in deine Box reingucken, ne? Oh, du hast ein Zombiefleisch, oder? Hä, welche Box? Der wurde jetzt! Da war Zombiefleisch drinne! Komm mir verstritten! Torsten levelet mir nichts! Gib mir das noch! Nee! Alter! Ich hab's nicht! Boah, Flocke kriegt gleich eine Axt, mit der sie instant einfach Bäume fängt! Hast du schon? Oh! Flocke? Oh Gott! Ja, die Blaze! Oh Mann, ich hab auch einen Rottenflash! Was ist das denn für eine Scheiße? Oh nein! Mach gleich aus die Rottenflash, wenn du weiter so scanst! Oh, mach! Ihr müsst vor den Villagern stehen, um damit zu interagieren! Rottenflash! Rottenflash! Geil! Ich hab dich getrollt! Oh, ich hab's schon im Leben! Was? Oh! Let's go! Was? 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 Er hat getrollt? Was war drin? Was war drin? Was war drin? Is das ein Template? Unamor! Haste 3! Für eine Stunde! 500 Level! Das ist so günstig! Jo! Was ist das denn? Das ist geil!